Das Handelsblatt Morning Briefing von Teresa Stiens, gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 7. Juni 2024. Und das sind unsere Themen. Der Traum vom Wohnraum, der richtige Moment für den Hauskauf. Der Traum von der Zinswende, die Hoffnungen der Anleger. Der Traum vom Vorruhestand, das Abfindungsprogramm bei SAP. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Immobilienbesitz. Ein eigenes Haus zu besitzen, in dem man sich voll und ganz zu Hause fühlen kann, ist für viele Menschen ein Lebenstraum. Ein Lebenstraum, der selbst für viele Normalverdienende nahezu unerschwinglich geworden ist. Lange Zeit stiegen die Preise immer weiter. Dann kamen auch noch die höheren Zinsen dazu. Doch im vergangenen Jahr dann wurden Immobilien im Durchschnitt endlich wieder billiger. Weshalb sich viele die Frage stellten, wann ist der richtige Moment, den Traum vom Haus endlich wahrzumachen. Viele Indikatoren deuten darauf hin, dass dieser Moment jetzt gekommen sein könnte. Das ist das wahrscheinlich wichtigste Fazit aus dem großen Handelsblatt-Trendviertelbericht, dem Titel der heutigen Freitagsausgabe. Angetrieben durch die Europäische Zentralbank sinken die Zinsen und damit die Finanzierungskosten. Auch die Baukosten scheinen zunächst nicht weiter so stark zu steigen. Und die Immobilienpreise sind noch nicht wieder angezogen. Allerdings, billiger wird Wohnraum nach den Preisstürzen der letzten Monate wohl nicht mehr werden. Wenn Sie sich intensiv mit dem Kauf einer Immobilien einer deutschen Großstadt befassen, empfehle ich Ihnen die detaillierten Analysen meiner Kollegen. Sie beantworten unter anderem diese Fragen. Der große Geheimtipp für eine eigene Wohnung, die Wertsteigerungen verspricht, liegt allerdings abseits der großen Metropolen. Der heimliche Gewinner der diesjährigen Analyse ist Lüneburg. Eine schöne alte Hanse- und Universitätsstadt mit vergleichsweise günstigem Wohnraum und einem stündlich verkehrenden Regionalzug nach Hamburg. Wenn Sie den Trendviertelbericht lesen und auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Zinsen. Auch die Signale, die die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde gestern aus Frankfurt an die Märkte sendete, dürften Immobilieninteressenten Grund zur Hoffnung gegeben haben. Mit der Senkung der Zinsen um ein Viertelprozentpunkt stieß die EZB die lang erwartete geldpolitische Wende an. Zuletzt hatte sie im September 2019 den Leitzins gesenkt. Jetzt stellt sich die große Frage, welche Rückschlüsse Anleger aus dem wichtigen Schritt ziehen können. Sie ahnen es sicher, ein Team von Handelsblatt-Expertinnen und Experten ist dieser Frage für Sie nachgegangen. Wenig überraschend gehören Immobilienaktien zu den Profiteuren der Zinssenkung. Doch auch ein genauer Blick in andere Anlageklassen lohnt sich. Etwa auf Zinsanleihen oder Tagesgeldkonten. Sicher ist vor allem, dass es mit sinkenden Zinsen immer unattraktiver wird, Geld einfach auf dem Girokonto zu packen. Ein Blick auf mögliche Alternativen lohnt sich also in jedem Fall. SAP. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen sich als Konzern vor, 2600 Stellen abzubauen. Und dann stellen Sie fest, dass doppelt so viele Leute gehen wollen. So geschehen beim Softwarehersteller SAP, der im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen die Belegschaft verkleinern möchte. Bis Ende Mai konnten sich Mitarbeiter für das Abfindungs- und Vorruhestandsprogramm des DAX-Konzerns freiwillig melden. 5300 Interessenmeldungen gingen laut Handelsblatt-Informationen ein. Nicht alle, die gehen wollen, werden auch gehen dürfen. Der Konzern erklärte, dass er beispielsweise den Verlust kritischen Know-hows verhindern wolle. Die hohe Nachfrage nach Austrittsmöglichkeit lässt meiner Ansicht nach nur zwei Interpretationsmöglichkeiten zu. Entweder die angebotenen Ausstiegsprogramme sind wirklich attraktiv, oder die Aussicht, noch länger im Konzern zu bleiben, ist wirklich unattraktiv. SAP beruft sich auf erstere Interpretation. Doch es spricht einiges dafür, dass es sich um eine Mischung aus beidem handeln dürfte. Wir bleiben noch kurz beim Softwarekonzern aus Waldorf. Das SAP-Management scheint eine andere Strategie zu verfolgen als die amerikanische Konkurrenz. US-Technologiekonzerne wie Microsoft, Salesforce oder Amazon geben Milliarden aus, um sich an Spezialisten für künstliche Intelligenz zu beteiligen oder diese zu kaufen. SAP setzt einen anderen Schwerpunkt. Der führende deutsche Softwarehersteller hat in den vergangenen Jahren mit drei großen Übernahmen das Geschäft für die digitale Transformation in Unternehmen ausgebaut. Früher nannte man diesen Bereich auch einfach Digitalisierung. Damit könnte Vorstandschef Christian Klein zwei Dinge gleichzeitig erreichen. Einerseits die hauseigenen SAP-Systeme einfacher bei Kunden zu etablieren und andererseits einen Zukunftsmarkt für sich zu besetzen. Schließlich arbeiten viele Unternehmen bisher mit einer Vielzahl unterschiedlicher IT-Anwendungen, die teuer gemanagt werden müssen und die Einführung von SAP-Systemen verkomplizieren. Israel droht neben dem Krieg im Gazastreifen eine weitere Front an der Grenze zum Libanon. Dort attackiert die militante libanesische Hisbollah Israel bereits seit acht Monaten, um die Hamas zu unterstützen. Im Mai verübte die Gruppierung im Schnitt zehn Anschläge pro Tag, was einem Allzeithoch seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober entspricht. An diesem Mittwoch tötete eine Drohne einen israelischen Soldaten und verwundete zehn weitere. Der Angriff beunruhigt Israel, weil die Hisbollah offenbar über die Positionen strategischer Stellungen informiert ist. Außerdem ist das Raketenabwehrsystem Iron Dome nicht in der Lage, Drohnen zu orten und abzuschießen. Im Gegenzug verstärkt Israel seine Angriffe auf den Südlibanon sowie auf hochrangige Verantwortliche der Hisbollah. Eine Konfrontation, die zu eskalieren droht. Denn eine breite Offensive gegen die Hisbollah wird in Jerusalem zunehmend als notwendig erachtet. In Israel und dem Libanon zusammengerechnet sind bereits 160.000 Menschen auf der Flucht vor einem drohenden weiteren Krieg. Europa. Zum Abschluss noch ein Freizeittipp zum Wochenende. Machen Sie am Sonntag doch einen längeren Spaziergang und schauen Sie dabei im Wahllokal Ihres Vertrauens vorbei. Sie können dort Ihre Stimme für die Zukunft Europas abgeben. Das macht Spaß und kostet nichts. In einem dieser Wahllokale können Sie dabei auch mir als Wahlhelferin begegnen. Es ist für mich das erste Mal und ich bin schon ein wenig aufgeregt. Die Ergebnisse der Europawahl ordnet am Montag dann mein Kollege Christian Rickens für Sie ein. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie die richtige Entscheidung treffen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stienz.